Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Ghosts, yo. So, drücken Sie vorwärts oder rückwärts zum Zoom. Ist das 12 Uhr oder was? Ah, gehen wir mal auf 0 Grad. Wir hätten jetzt ganz schön im Visier. Au, 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 das hat wehgetan. Wir sind die Verstärkung, wir sind natürlich total zuverlässig, wir sind die Elite, die die was ausmachen, genau. Eigentlich haben wir überhaupt keine Chance, wenn wir es so sagen. Ja, präzise Zielen, auf was? Welche Neatrucks? Also, da unten. Habe ich jetzt eigentlich überhaupt irgendwas getroffen? Ist das nicht ein Granatwerfer oder so? Ja, Riley, was ist denn los? Hm, wow, wow. So, wir müssen jetzt da einsteigen. Ja, Riley, reiter. Okay, wir lernen mal jetzt gleich was. Jetzt schaut ja auch wieder einmal richtig genial aus. Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Stirb, stirb, stirb. Ich habe jetzt zwar überhaupt keinen drauf vor, aber... Scheiß drauf. Stirb, 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 stirb. Das ist ja mal geil gemacht. Ah, unrealistisch, unrealistisch. Kein Truck hat so viel Power, ey. So, dann gehen wir mal... ...auf Offensive hier, meine Freunde. Oh, da haben wir... Da hinten chillt auch noch einer. Ja, ich werde jetzt mal da nach oben gehen. Kommen wir da auch rechts rüber. Nein, da können wir nicht rüber, gell. Ist doof gemacht. Wäre voll cool, wenn man da... ...her oben so nach vorne laufen könnte. Und irgendwie dann, ja... ...die bis von oben wegbashen könnte. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. So, stirb. Ah, verreckt. Oh, Sau, du. Sau, du. ...dotschelt auch noch einer. Alter, das findet nicht von dir. Oh, Keegan, sorry. So, ah, stirb. Frick, du Sau, du Sau. Das bockt's jetzt grad. Ich nicht. Welches Scharfschützengewehr? Also, drücken Sie keine zum Benutzen des Ferngesteirten. Ich hab gar keine. Äh... ...steuerungsoption. Aktion. Hm, was haben wir da auf keine Nachtsicht? Zielvorrichtung halten. Interagieren oder so. Das kann doch das sein, oder? Äh... ...sicht. Ich setze jetzt mal in Steuerung zurück. Ah, in... Oh, ich bin so gut. Hauna, hauna. Hauna. Wo ist der? Ich weiß nicht, wo er ist. Eigentlich ist so dumm gewesen. Es war ja eigentlich von Anfang an schon klar, dass der stirbt. Das ist aber halt das Gerle. Ja, mach ich, mach ich. N. Schauen wir mal wieder rein. Gibt's da nur irgendwas, das wir uns aufhalten könnte? Das Scharfschützengewehr ist geil. Wo stehen die jetzt überhaupt genau? Ja. Au. Und ich mach den ganzen Sprung natürlich klar auf einmal. So bin ich aber. Das war's. Wartig, Verträume. So gar nicht. Dafür haben wir keine Zeit. Gasmasken auf. Brennengas unter dem Tod durchschwerfen. Verwärme, rauswollen wir. und zum katholk hat es ist ein bisschen komisch gemacht die ganze sache willkommen zu tun das ist doof bei den Neuerspiele dass man da immer automatisch dann wieder aus der Visierung raus switcht naja aber ich würde zuerst einmal sagen stirb nein keine Munition das gefällt mir oh das war jetzt fast einmal in die Hose gegangen das ist ein bisschen dumm jetzt dann waren wir mal die komische Russenwaffe da jetzt sind noch Gasmasken auf oder bin ich da auch der einzige Depp genau was war jetzt das vielleicht zeigt sie es mir ja nachher an wie kann ich da unten durch da würd jetzt gerne mal wissen wie ich mich jetzt ducken kann das war nicht mal ganz kurz da 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 ducken keine ok dann muss ich mir das halt selber machen ja komm also müssen wir ruhig sagen glaube ich oder ok 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 Okay. Sehen die Szenarien gefallen mir, jedes Mal wieder geil. Alter, das hat sich natürlich jetzt voll wieder mal gelohnt. Alter Schwede, die sind ja auf Holy Ghosts hinterher. Also sie bringen jetzt der gleiche einer raus, okay. Ja das ist cool gestaltet noch halt. Alter, alter, das war jetzt so ganz eine dumme Idee da rein zum laufen, ganz dumm. Wird gemacht, Chef. Ah jetzt Kim. Kacke, den hat's erwischt glaube ich. Der ist doch jetzt gerade abgekommen oder? Oder war das ein anderer? Ah. Ja. Was für ein neues Video. Oh mein Gott. Jetzt haben sie unsere Festung an Angriffe. Das hört ja gar nicht mehr auf, aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe euch hat diese wieder mal gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hab geht das gerne? Ja wen? Wie geht das denn? Einen серьез vomо��! Das ist wiederum.